einen habe ich die anderen chillen hinterm auto doch einen habe ich noch das noch ein auto ich sicher hier sonst nebenbei noch mal kurz hier die base könnte theoretisch auch hilfe gebrauchen ich bin schon schwarz weiß wie kann man sich heilen ich glaube ich kann nicht heilen komm mal her du bist so ein troll alter jetzt geht's wieder jetzt sehe ich wieder bunt von rechts von rechts von rechts siehst du das unter uns oh gott ein hast du ich bin ulo ich bin ulo ich bin ulo ein habe ich wo bist du ja alles gut ich also mir geht es gerade auch wieder einigermaßen gut oh heli ja ja ich probiere noch den zu treffen das mache ich mit sniper kurz nein ich muss auch laden ab 1 aber nur gehittet da kommt was rein bei uns ist ja ich höre mich sonst okay immer kurz zur seite ich komme nicht raus die treppe oh gott die kommt doch auch gerade hier rein oder sie kommt direkt hinter dir warum konnte ich nicht hier ist hä ich hab dich doch ich hab dich fast komplett aufgehoben und dann bricht er mich ab damit oder was jetzt müsstest du kommen der andere hängt fest nein 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 der kommt nicht direkt hier hinter ist aber der kommt nicht ja wo ist der heli oder hier schießt der insel auf mich wir gehen aber nicht wenn er so hoch fliegt Ich krieg immer nur Hinkmarker. Aber das finde ich aus COD ja nicht anders gewohnt. Ah, hinter uns. Wir sollten hier langsam, glaube ich, abhauen. Ja, wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Wo bist du? Oh, das bist du nicht. Ich will einen Typen hier noch töten. Der Punkt ist, dass es hier ein Dingens gibt. Einen Fähigkeitspunkt hätte ich tatsächlich gerne. Oh Mann, der flog so gerade gerade. Ich habe ja was gefunden. Oh, einen habe ich geholt zwischendurch. Okay, ich habe gerade markiert, wo es ein paar Dingenspunkte gibt. Ein paar Waffenteile. Hier war doch gerade einer. Äh, du sollst vielleicht mal zu viel kommen, hier gibt es Fähigkeitspunkte, falls du ihn nicht auch bekommen hast. Ich komme. Hier. Oh, Tatsache. Äh. Oh, immer wenn ich die beste Position habe, muss ich nachladen. Hör. Boah. Alter, das gibt es nicht. Das kann es doch nicht sein, Alter. Es ist auf nix connected. Ich musste wieder da umgerechnet mal Munition holen. Alter, ah! Ich brauche Munition, Alter. Und ich musste gerade wieder nachladen. Ja, ich habe auch nur noch eine Kugel. Und er schießt Baser auf mich. Er kann nicht über so einen kleinen Abstand springen. Wie traurig ist das denn? Oh, ich habe meine Übel weggeschnipt. Er hat keine Schützen mehr. Er muss jetzt weg. Er hat keine Schützen mehr. Er kann jetzt nichts mehr machen. Aber warum ist er denn? Er hat doch keine Schützen mehr. Was bringt ihm das jetzt? Das ist einfach eine Frau. Das bringt ihm jetzt eh nichts mehr. Haben wir das denn jetzt schon gekriegt hier? Ja, ja. Das hier haben wir fertig. Oh, ich dachte in der Nähe ist ein Ding. Das ist eine Superküste für... Oh, ein erweitertes Magazin. Da sagen wir nicht nein. Aber ich glaube hier langzufahren ist es kacke gewesen. Das war ja nicht so schlau. Weißt du, andere laufen da durch, um zu heiraten. Wir fahren da einfach mit einem Familienvan durch. Ja, weil wir den... Weil wir auch den Familienvan heiraten wollen. Schlau dich mit dicken Laderaum. Hier ist es. Ah. Hier drin. Und nehmen. Ist aber nur für Sturmgewehr, ne? Mhm. Hier drin kannst du dir sonst mal Informationen holen. Hacken. Was wollen wir denn? Bonusorden finden, Regionalblüberblüberblüber oder Nachschubüberfälle. Noch mal, was hast du zur Ausein? Nachschubüberfälle, Bonusordern finden oder Rebellenoperationen. Ich glaube Rebellenoperationen nutze ich mehr, oder? Das Ding ist halt, die siehst dann halt nur du. Also du müsst mich da hin nutzen, ne? Ist gut. Ich weiß, wo ein Care-Paket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Und let's go. doch wie ich sehe die auch gut die nebeneinsätze ne ja wollen wir uns die akte doch heute hier auf dem weg ist ja machen wir okay ich glaube nämlich nicht dass wir hochgefahren kommen das glaube ich auch nicht dieser heli geht mir mega auf die nerven ich wollte es gerade sagen aber der kann auch nichts machen der hat keine schützen mehr ich meine was will der machen der tote schützt dabei und fliegt die ganze doch hinterher hier rechts sind ganz viele gegner also du solltest vielleicht hier nicht so unbedingt rumschießen wenn du die mich auch noch holen willst siehst du das auf der dieser helikopter wir brauchen raketenwerfer oder so dafür ich hole den so weg wir haben die uns dann jetzt schon wieder enttägt der heli fällt schon auf wenn heli die ganze zeit irgendwo über irgendwelche leute rüberfliegt er verrät uns die ganze zeit ja sie also ich würde ja nur ungern zivilisten aber wenn er sich direkt vor mir gestellt während ich auf den gegner schieße kann ich da auch nichts für so bin bei dem akten ich hole ihn jetzt wenn er umdreht und nochmal meine richtung fliegt ist er sowas von tot ich glaube er haut jetzt echt ab ich habe uns auch direkt ein auto geschnappt ich habe ich habe ich habe gehört du bist aus geschützt ja dann können wir den heli auch runterholen ich bin liege ich habe gehört du bist aus geschützt ja dann können wir den heli auch runterholen ich bin nämlich davon ausgleichen dass du auch bei mir einsteigen willst war nicht der fall oh das ist noch eine unidad patrouille alter wir sind top ja ne ja also wir müssen uns erstmal rein fuchsen ich glaube eher dass es ein let's fail wird ne kommt ins fail auf sowas wie ein best of noah das dann die ganze zeit gezeigt bekommt wie man verliert so erstmal die fähigkeitspunkte irgendwie aber das habe ich gerade schon gemacht vielleicht hilft uns das ja ist ja irgendwo schnelles nachladen oder so oder waffen wechseln weil ich weiß tatsächlich nicht ich weiß tatsächlich nicht